Also liebe Zuschauer, ich bin hier gerade in der Partnervermittlung. Hier sucht eine nette Dame Anfang 30 und ein junger Herr Anfang 20 und ein etwas älterer Herr Anfang 40 einen Partner. Wer also auch Single ist, der darf sich bitte melden. Wie ging denn dieses Spiel nochmal? Wir spielen einfach so nebenbei und ja. Hallo! Ich bin nicht alleine. Ich stehe hinter dir. Ich bin mit den Zöpfen. Ich bin alleine. Ich bin im Maisfeld. Oh, ich sehe den Killer, der kommt in unsere Richtung. Versteck dich, versteck dich, versteck dich. Oh, ich höre sie. Ja, sie steht da und guckt. Die? Ja, die Werferin. Achso, die. Oh. Ich merke schon, das wird jetzt fisch. Sie kommt hierher und sie läuft vorbei an mir. Ja, und geht weiter in die Richtung, die du, glaube ich, gelaufen bist. Nein, sie ist auch schon an mir vorbei. Ja, sie hat mich jetzt gleich. Ich war im Gras. Aber ich warte darauf, dass sie weggeht. Ja, ich gehe Richtung Haus. Ich gehe mal ins Haus rein. Kommt der mit? Nein. Geh weg. Also, wer auch immer sie hinter sich hat, nicht ins Haus kommen, bitte. Ah, jetzt dreht das bei mir schon wieder am Rad, dass das hier nicht liegt. Aber ich den Temperaturwerkzeugkasten habe. Immer dann flippt das aus. Könnte ich kotzen. Ja, sie ist dies ja eh beschäftigt. Nein. Na gut, dann wechseln wir. Martin, hältst du sie irgendwie in Schacht, weil ich war hier am Generator machen? Sag, wenn sie nicht mehr bei dir ist. Du, was ich kann. Ich habe Krach gemacht. Stimmt, man muss ja dieses Ding treffen. Oh, ich höre sie. Hörst du sie? Kommt sie zum Haus, oder? Ja. Hier sie ist weitergegangen. Hört sich aber verdammt cool an, wenn sie einen verfolgt. Ja, ja, die Summe dabei ist. Das Summe ist ja fürchterlich. Das passt irgendwie nicht zu ihr. Ich finde, das würde zur Krankenschwester mehr passen. Du hörst das Summen, bevor du Herzschlacher hast. Martin, das ist nicht gut. Oh, hat sie jemanden? Jetzt hat sie mich. Weg da. Gefällt mir. Ich feier die. Was? Fuck! Hängt dran, Paletten bringen nicht viel bei dir. Vielleicht kommt sie jetzt zu mir. Ich glaube, die hängt erstmal in Madden auf. Wer weiß. Der Wehe, der Kater kommt gleich her, ne? Ich kriege hier einen Herzenfass. Das ist mir gerade so eingefallen. Und ich bin da. Willst du entkommen? Jo. Nice. Bleib mal irgendwo da hinten. Nicht zum Haus kommen. Ich ziehe gerade durch. Ja, danke. Ich sterbe nur. Nicht zum Haus kommen. Also, Kudo hat ja noch nicht gehangen. Jetzt stell die sich nur an. Opfer dich fürs Team. Die erste Eigenschaft von Martin. Ich bin immer der Erste. Ich bin, ne, ich bin immer der, der sich opfert für euch. Ja, aber wir retten dich ja. Oh, hier ist irgendjemand am Arbeiten, glaube ich, am Generator. Der, ja. Ich hab im Haus gleich fertig. Ah, ne. Der ist nur angedingsst worden hier. Ich hab Herzklopfen. Ist die noch bei dir? Ja. Bei mir wieder kein Fortschrittsbalken. Voll loo. Wie beim Reparieren? Ja, immer dann der gleich soll gestern. Okay, dann ist es unter mir. Oh, die ist bei mir in der Nähe. Sie ist beim Haus auch. Aber ich hab im Haus oben schon mal fertig. Das ist gut, dann haben wir den weg. Ich bin jetzt auch hier in Augenblick fertig, aber... Sie kommt aber ins Haus vielleicht. Ah, jetzt muss ich doch weg. Also hau am besten... Ne, okay, sie hat mich aufgegangen. Okay, ich bin bei dir, Martin. Oh, die kämmt. Das bringt dir sowieso nichts. Wenn du mich triffst. Ne, sie kämmt nicht. Ne, aber ich hör sie nicht. Ah, sie kommt zu mir. Ich geh zu Martin, ich schleiche hin. Ich bin... Ich bin da bei ihm. Ich bin direkt bei ihm. Ah, die hat sich wachen wollen. Aufpassen. Ja, ja, ja. Ich bin um die Ecke. Die hat mich nicht gesehen. Anscheinend schon. Nein, nein. Ja, dann repariere ich das mal pernicht hier. Ich hab dich, hab dich, hab dich. Lauf. Entschuldigung. Sie verfolgt dich. Damit hast du es nicht besser gemacht. Jenny, jetzt liegst du nämlich. Und ich auch. Ihr könnt nicht sein, Mist. Ich weiß, äh, ich sitze hier bei euch und weiß nicht, was ich machen soll. Blatt, ihr Boot hat verbrückt. Ich krabbel zur Palette. Wenn ihr dich aufhängt, dann schnapp ich mir den Martin. Ich hab einen Zwischenstruck. Okay. Und ich laufe. Und ich laufe und laufe, laufe alleine. Wow. Sie kommt. Ich laufe noch eine Weile. Oh, yeah. Hängt noch jemand? Nein. Und ich laufe und ich laufe und ich laufe. Ich laufe hinter dem verletzten Martin, glaube ich, hinterher, damit ich ihn gleich... Ich bin in der Box, hab mich in der Box versteckt. Ja, okay. Ja, dann mache ich den Motor weiter hier. Ich laufe wieder Richtung Haken, wo sie eben war. Ist irgendjemand in der Nähe? Ich seh dich nicht mehr. Ich glaube, du bist nicht in meiner Nähe. Ich hab nur den Martin bei mir. Ja, ich höre sie so gut. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach so. Ah, ich hab dich gesehen. Ja, und jetzt hab ich auch Kraft gemacht. Weil ich dich gesehen habe. Dann nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Stimmt, sie ist hier bei Martin und mir. Jo. Lauf weg. Sie rennt zum Haus, in der Mitte. Ja, sie reint wahrscheinlich zum Kraft. Ach, danke. So, sie ist weg, Martin, komm raus. Okay. Easy. Yeah, geschafft. Achtung, Achtung, sie geht da hin, sie geht da hin. Pass auf, versteck dich. Sie tritt dagegen. Ah, sie macht den Motor kaputt. Sehr gut. Sie geht in die andere Richtung. Ja, die ist nach hinten weggegangen. Sie steht da noch. Also, ich höre sie aber nicht mehr. Nee, ich sehe sie aber. Sie läuft Richtung Feld. Kann aber trotzdem sein, dass sie nochmal herkommt. Pass auf, die ist im Feld. Sie ist im Feld. Ich sehe sie. Okay. Sie läuft irgendwo durchs Feld. Sie kommt nicht hierher. Dann kommt die jetzt bestimmt gleich zu uns. Ja, ich höre sie aber noch. Sie kommt, sie kommt hierher. Sie kommt hierher. Ich höre sie. Sonst kommt der dumm Rara. Ihr hört sie, okay? Jo. Okay, lass schnell hier zimmern. Tut mir leid, wenn ich Krach mache. Alles gut. Scheiße, sie hat mich. Sie ist beschäftigt. Kannst Krach machen. Martin ist, glaube ich, tot, wenn sie ihn hängt. War schon in Phase 2? Ja. Jo, ich bin down. Was? Sie hat mich schon zweimal aufgehangen. Wieso hat sie dich denn jetzt instant aufgehangen? Wie das denn? Weil ich habe mich versteckt und sie hat mich gesehen. Ich bin mal wieder der erste, der tot ist. Ja, pass auf, die würde jetzt halt alle Generatoren ablaufen, die noch stehen, ne? Ja, natürlich. So ne Scheiße. Laura, wie weit ist denn der Garata bei euch? Wir gucken wieder. Sie hat ihn kaputt gemacht. Aber ich würde sagen, zwei dritte. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie geht Richtung Haus. Sie geht ins Haus. Ich sehe sie nicht mehr. Ich bin gleich fertig. Die Summe, ey. Das ist schlimm. Sie geht wieder weg vom Haus. Sie geht Richtung Feld. Ich bin fertig. Nice. Das ist ja der nächste Ausgang. Wir sind direkt neben dem Ausgang. Ja, ich auch. Ja, sie kommt garantiert zu dir, weil sie war echt schon auf dem Weg dahin. Ich glaube nicht, dass sie dir kommt. Sonst komm zu uns. Ich bin dran. Genau. Nee. Halt Ausschau. Sie kommt zu mir? Ja, komm hierher. Ist gleich auf. Ist auf. Ja, jetzt warten wir noch auf Laura, ne? Da bist du okay? Komm, komm hier gerade. Genau. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Komm, komm, komm. Das war schlecht. Ich holte jetzt erst mal einen Joghurt. Kannst du dich heilen, Cashman? Nee, nee, kann ich nicht, aber ich bin weg. Ja, sie kann dich halt spüren, ne? Ja, ja, ich bin an meinem Ausgang, also eigentlich könnte ich jetzt... Ah, knapp. Ich weiß auch, wo du bist, aber... Ich bin Richtung Laura. Ja, okay, gut. Warte ich jetzt einfach nur bis... Sie haut mich, sie bleibt, glaube ich, vor mir stehen. Nein, das ist natürlich dümmlich. Ja, ja, sie bleibt. Gut, dann müsst ihr raus. Ich kann ja mal einen Fluchtversuch starten. Das war schon mal nix. Auch nix. Sie ist immer noch da bei dir? Ja, ja, ich glaube, sie geht jetzt zu euch. Sie sucht euch jetzt noch. Ja, ich höre sie. Ja? Sie ist zu Freshman? Ja, dann... Ich bin dran. Andere Richtung, aber es nicht. Ja, sie hat auch nicht geschmissen, ich muss nicht kommen. Richtung Haus und dann... Na, das ist super. Ich bin am Rand. Ja, dann warte doch. Ging leider nicht, sie hat auch nicht geschmissen, daher muss ich jetzt... Ja, ja, alles gut. Ich mach den anderen auf. Der ist ja auch nicht weit weg gewesen. Oh nein, sie ist hier. Hat sie dich? Ich glaub, sie hat mich gesehen, ja. Oh, 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 spannend, spannend. Die kommt, ja. Oh, oh. Wow, ich muss raus, Stinni, ich muss raus. Ja, geh raus, du kannst. Ja. Super. Oh Gott. Ich hab nur gewartet, dass du irgendwie... Ich hab noch auf den Ausgang. Easy. Easy. Ja, sag mal. Ah, Sponsored by Fanna Ice-T. Mango Maracuja. Joghurt. Joghurt, genau. Vielleicht gibt es vier Punkte, weil einer leider nicht durchgekommen ist von uns. Sorry. So wie in 99,9% aller Fälle. Oh. 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 Ja, so ist das. Du wolltest mal kuscheln willst, weißt du? Stimmt gar nicht. Ui. Das ist gar nicht wahr. Level 16. Das war ein. showing.